Hey, Luki, das ist doch nicht normal, oder? Das ist mal Vanlife XXXXL. Mit so einem Bus würde ich auch noch mal in die Schule gehen. Das ist überhaupt kein Ding. Wahnsinn! Wahnsinn! Hallo! Hi! Grüß euch! Dann bist du Jana. Jana, ja! Ja, hi! Und Hartmut! Hallo! Danke für eure Nachricht. Ihr habt gesagt, ihr habt was Großes, Gelbes, das in die Sendung sollte. Ihr habt recht. Und wer seid ihr? Ich bin Patricia. Patricia? Ich bin Johanna. Johanna, hi! Hallo, grüß euch! Was für ein Mordsteil! Hat es einen Namen? Ja, es ist unser Kängurubus. Warum? Weil wir die Kängurufamilie sind. Bei uns sind drei Kinder in den Beutel gehüpft, sozusagen. Wir sind eine Pflege- und Adoptivfamilie und sind unterwegs auf Reisen mit unserem mobilen Zuhause. Können wir mal reinkommen? Ja, klar. Kommt rein. Geht ihr schon mal rein in eure Folien? Das ist ja jetzt eine richtige Hausführung hier. Wie lange seid ihr schon damit unterwegs? Ja, jetzt seit Anfang des Jahres. Okay. Also wir haben seit, der Plan ist im Frühjahr 2021 entstanden, knapp zwei Jahre dran gebaut. Und jetzt selbst ausgebaut. Selbst ausgebaut. Geil, okay. Lasst uns rein, oder Leute? Lasst uns rein. Willkommen in unserer guten Stube. Das ist ja Wahnsinn. Also hier fahrt ihr dann im Prinzip. Genau. Warum seid ihr unterwegs? Ich habe es noch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Also wir haben Pflegekinder und eine Adoptivtochter. Und wir haben gemerkt, dadurch, dass sie ja schon so ein bisschen eine, sag ich mal, holprische Biografie hat, eine sehr herausfordernde Biografie, die brauchen einfach eine stabile Beziehung, die müssen Bindungen aufbauen, die müssen merken, dass sie vertrauensvoll durch die Welt gehen können, und dass denen nichts Schlimmes passieren kann, weil die eben einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und aus diesem Grund sind wir unterwegs, weil wir gesagt haben, was können wir den Kindern bieten, damit die sozusagen in ihre Stabilität kommen. Und das Morgen haben wir beschlossen, wir fahren mal los. Ich bin sprachlos. Jetzt aber mal, jetzt müssen wir uns den Bus trotzdem noch einbekommen. Genau, jetzt guckt euch erst mal den Bus ein. Ich gehe mal aus da. Nee. Das ist ja... Das ist mal eine Küche. Ja. Also wie gesagt, man muss immer dran denken, wir wohnen hier drin, Vollzeit. Ja, wir brauchen alles dabei für fünf Leute, wir müssen für alle kochen. Das ist mal ein richtiger Erd hier auch. Im Backofen? Ja, na klar. Und so schön. Kühlschrank und so habt ihr auch alles? Ja, ja, Kühltruhen auch. Kühltruhen? Kühltruhen? Du hast ja Tiefkühltruhe. Tiefkühltruhe, ja, okay. Moment, aber die hängen doch an 220 Volt, oder nicht? Also da brauchst du ja richtig Saft. Ja, und wo hast du das her? Solar, ja. Wir haben 20 Panels auf dem Dach. 20 Panels, ja gut, du hast ja auch Platz. Ja, wir haben Platz. Ja, also 20 Panels, 150 Watt, also 3000 Watt. Da wäre viele Leute mit dem Eigenheim, glaube ich, auch froh, sowas auf dem Dach zu haben. So, hier hinten ist im Prinzip der Schlafbereich und die Chorien von den Kindern. Das ist ja jetzt geil. Darf, dürfen wir euch mal besuchen? Ja. Das ist ja mega gemütlich. Das sind eure Kinderzimmer dann? Ja. Das hätte ich mir ja als Kind gewünscht, ey, das ist ja so kuschelig. Und bei dir, guck mal. Auf jeden Fall eine Menge Platz für Kuscheltiere, sehe ich gerade. Ja. Und für Babybilder. Bist du das? Ja, bin ich. Zeig mal. Das bin ich. Oh, wie schön. Oh Mann, ey. Super. Wie toll ihr euch das eingerichtet habt. Ja. Ach, guck mal, hier sind ein bisschen, hier ist... Ja, das ist mein Schrank. Du hast den Schrank extra noch? Ja, eigentlich ist der da unten, aber den haben wir jetzt gewechselt und jetzt ist es der. Ah, die größte hat immer, das ist das Haus, ja auch so, die kriegt ein bisschen mehr Platz. Guck mal, hier mit dem Bücherregal und... Ja, das war extra Wunsch. Danke, dass wir mal gucken durften. Bitte. Okay, und hier ist das Badezimmer, sehe ich schon? Hier ist das Badezimmer, ja. Wir haben das ganz hinten im Bus verlegt. Wie war das dann gebaut? Also ausgebaut an dem Bus, effektiv ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr? Ja, jetzt nur für den Innenausbau. Das war schnell. Ach, und hier ist noch eine Toilette. Und hier ist die Toilette, Trockentoilette, weil damit sind wir auch völlig autark. Gut. Du musst das Teil nochmal von außen angucken. Ja. Cool. Ach, guck mal, kann ich schon rauf? Nee, ja, du kannst rauf. Ja. So. Das geht ja noch weiter. Man reiche mir mal ein Mikro, Herr Lohwack. Bitteschön. Dankeschön. Das ist ja sehr cool. Ach, hier, wenn richtig mit. Muss ja alles seine Sicherheit haben. Genau, genau. Das werden hier, wir kommen noch nicht. Moment, Moment, Moment. Was haben wir denn da? Also mit den Tattoos und mit den Brüssen, da ist ja, ist das euer Bus, da? Das ist der Bus, ja, ja. Lukas, vielleicht muss ich mir die Pämmele auch mal langsam zitieren lassen. Mal ein paar technische Daten, wie viel Leistung hat er? Original 255 PS. Wir haben ein bisschen aufgepeppt auf 300 PS. Du hast den Bus getunt. Du hast den Schulbus getunt. So ein Spielkind bist du schon, ne? Nein. Also nicht ich machen lassen. Also das ist alles offiziell. Ja, das ist ein Cummings-Motor. Und ich habe mir sagen lassen, die laufen so 1, 1, 1,5 Millionen bis 1,5 Millionen Kilometer. Wir können noch ein bisschen mit der Familie um die Welt reisen. Wir können noch ein bisschen damit um die Welt reisen. Genau so. Also ihr Lieben, vielen Dank. Also ein geiles Projekt. Cool, was ihr macht. Passt auf euch auf. Gute Fahrt. Wie lange seid ihr unterwegs? Naja, erstmal bis nächstes Jahr. Januar, Februar. Genau, das ist so der Plan. Also Leute, wenn ihr irgendwo die Kängurufamilie seht, bei diesem Bus, einfach mal hallo sagen. Genau. Unbedingt ansprechend. Ich danke euch. Ja. Macht's cool. Tschau, tschau. Und das Gute am Schulbus. Die Kinder werden hier auch von Jana unterrichtet.